Natürlich, der Brot. Vielen Dank. Und der dritte ist drin. 18er hier zum 3 zu 2 für Lukas Worm. Sicher ist doppelt 20 für Dominik Keller. Und der ist drin. Ausgleich 3 zu 3 jetzt hier. Der ist drin. Und aufs Bull gibt es einen Dart. Oh, aber die 18 getroffen. Also unglücklicherweise auch gut gestellt. 36 Punkte. 3 Darts zum Match. What a match. Lukas Worm gewinnt hier und zieht ein ins Achtelfinale. Wir sind gleich. Ja. Tschüß. Oder wir sind ein paar Mal. Wir sind gleich. Dann bin ich hier.